hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge LS22 auf der Andersum so wir schalten schon mal Licht ein und hinten ein das ein Highbeams ist alles an so würde ich sagen drauf machen wir den Motor auf 2% abgeschlossen und let's go das aktivieren und let's go wir fahren VCA fahren wir jetzt volle keine durch Irgendwie sagt es mal was von der Telemetrieweiß nicht stimmen oder ich will jetzt volle Wasserhass aber Keine Ahnung aktiv ist es und es funktioniert auch Ich weiß nicht was er hat manchmal hat er die machen manchmal hat er sie nie Aber es ging ja gerade alles über das Dashboard an wie Irgendwie muss ich aber hier auf dieser Sator wechseln Irgendwie muss ich es irgendwie durch wurschteln Soweit es geht So Das ist immer alles Was ist alles So Wenn ich mal kurz gucken und wenn sie die durchschmuggeln das war zu zeitig nur stücke weiter rum das sollte doch gut passen und los gehts ich weiß nicht was es der spurt gerade hat es ist halt dunkel da kann man kurz in die übersicht gucken genau das sieht gut aus was wir jetzt fabriziert haben sollte so weit passen ein viertel haben wir schon ein viertel ein viertel ein viertel ein viertel ein viertel ein viertel ich tolle die 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 reinkommen. Aber wir kriegen uns hier rein. Auf dem Ding sind wir ja gerade gefahren. Nee. Schon weitergehabt das Tier. Ja. 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 Mal gucken. Ich kann mal kurz den Düngerstreuer hier hin. Ich bin doch richtig auf dem Wormerkrad. Auf dem Wormerkrad. Auf dem Wormerkrad. Ja. Was ist irgendwie hier? Hier geht's nämlich jetzt weiter. Mal synchronisieren da mal nach, Mensch. Sieht gut aus. Das ist das ewig. Aber je nach Kartengröße, umso mehr schwankt das wahrscheinlich. Da kann man leider nichts machen, muss man gucken zu. So ein Viertel hat man ja schon mal weg. So ein Viertel. So ein Viertel. Upsala. K Medicare Wer nicht. Eikiss. Fahre. 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 wieder lustig durch die Bäume und es durchwurschteln. Aber da müssen wir halt jetzt durch. Wir brauchen die Kohle. Das ist mein Problem was ich habe. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Du pust. so Lies passen wieder 35% Hammer was wollen wir mehr Tudli Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir gerade durchfahren könnten. Und die Punkt wird so ein bisschen einfacher. So, next Bond. Und... 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 Oha. Mir fehlen zum Schluss 5% hink ich mal irgendwo wo ich noch mal ein bisschen Dingspons holen muss. Dünger. Aber eh was will ich wenn der Ding noch mal voll mache, fahr ich erst zum Hof bevor ich den Auftrag abgebe. Bei Dünger verschenke ich nicht. Am besten Willen nicht. Und er liegt ja auch bloß daran, dass das Ding so kleine ist. Das ist der ganze Hintergrund an der Sache. Oha. 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 So, sieht aber zwar gut aus was wir jetzt haben, so weit wie möglich reinkommen in den Zipfel hier. Das Hauptproblem was ich habe. So, hier ist leider mehr Brand. Ich will jetzt mit dem Wasser gehen. Im Niveau sind wir ja gerade geformt. Komms Junkie nach Mensch. Speichers erstmal. Wartgesinnt. Mhm. So, ok. Irgendwie hier hochkommen. So, wir sind aber am folgenden Ende. Ich werde mich schon mal auf der Bahn ausrichten. Ich werde mich aber schon mal von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.